Die Raiders Tödliche Fanatiker, die durch ihre Drogen entstandenen Illusionen und wegen ihrer Bereitschaft, den Befehlen von jedem zu folgen, der sie leiten will, eine wilde Draufgängehaltung besitzen. Sie stürzen sich oft wahllos in den Kampf und schwingen mit Potec-Waffen um sich. Um in solch einer Situation einen Vorteil zu erhalten, nehmen sie aus sicherer Distanz unter Beschuss oder wirft Splittergranaten, wenn sie sich gruppieren. Untertitelung des ZDF, 2020